Nein, das macht euch bald, aber das ist wärmerig, das ist auch... Wuuuuh, schön leid und blockig! Hallo, grüß dich, ist noch heute aufgekühlt? Leute, Oma und Mama habe ich schon. Leute! Oh ja. Ja, das muss jetzt noch sein, oder? Ja, das muss jetzt noch sein, oder? Ja, das muss jetzt noch sein, oder? Ach, ich schmeiße! Ich glaube, wir auch hier stehen, wenn du meinst. Ich hole da gleich meine Decke raus und... Vorsicht! Ah, aus dem Schiff, aus dem Schiff, aus dem Schiff. Ah, aus dem Schiff, aus dem Schiff, aus dem Schiff. Alter, das ist ein Zehengel! Ah, Engelchen! Ah, Engelchen! Sieht doch aus wie ein Engel! Das ist ein Teufel! Hier sind noch Flügel dazu! Ja! Sehr schön! Der kriegt jetzt auch noch. Da ist ein Atomzeug. Das ist gut.